So, jetzt läuft meine Aufnahme auch. Guten Tag auch. Moi, moi. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt heute der? Ich bin der Mondro. Genau, wir spielen PUBG. Nein. Ja, fast. Ähm, Wii Center View. Ja, warte mal. Ich muss das mal meine Wii re-centern. Wir spielen. Wir spielen vom The Other Suns und letzte Runde haben wir uns, ja, sehr gut geschlagen. Nicht. Absolut nicht. So. So, Knifte. Und kommen wir da und Galerie und... So, Reparaturwerkzeug. Kommst du her. Okay. So. Nicht wundern, wenn wir komisch gehen. Ähm, das Spiel denkt, wir stehen, aber in Wirklichkeit sitzen wir, weil wir faul sind. So sieht es nämlich am Ende aus. Genau. So, dann gehe ich mal wieder an die Kommando-Zentrale. Ja, ich freue mich. Okay, dann fliegen wir mal zum Punkt Nr. 1. Wir hoffen, das verspielt diesmal nicht so schwer. Wir können nichts einstellen von der Schwierigkeit her. Ja, das war letzte Runde war echt Tristing-Notes. Und wir haben... Feind, Feind, Feind. 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 Feind, Feind, Feind. Feind, Feind, Feind. Ah, scheiße, ist schon wieder da. Verdammte Hure, du. Ja, aber die Rakete geht trotzdem durch. Die Rakete geht trotzdem durch. Ja, unsere... Er hat schon wieder Schild, ne? Ich gehe schon mal gucken, wo der Gegner kommt. Ich sehe keinen Gegner auf meinem Schirm. Übrigens, du kannst auch auf Autofeuer stellen, ne? Du hast hier so einen Knopf wie Autofeuer. Ah, danke. Autofeuer. Acht Stingsbums gekriegt. Aber Raketen würde ich nicht auf Autofeuer stellen. Nee, nee, nee. Die sind dann zu schnell weg. Okay. Captain, Incoming Transmission. Ach, wir haben wieder... Seike, Captain, Incoming Transmission. Ah, nee, die verkaufen uns einen Laserstrahltyp 1. Können wir einen einbauen, wir haben einen Platz frei, ne? Aber der will... Ja, warte, ich feile schon, mal gucken, ob er einen drauf eingeht. Wir haben kein Geld dafür. Aber das finde ich jetzt einfach Feuer. Der Laube, der macht uns platt. Echt? Aber ein fettes Schiff, ja? Oh, ist auch weg. Captain, we've received reports that alien survivors of the unknown origin have begun showing up on the fringes of the explored space. We've attempted to contact them. So far, they've been unresponsive. Our initial calculations show their fleet to be on a projector recorder. Was hast du mir denn gemacht? Hahaha, ich hab nix gemacht, ich hab nix gemacht. E.T. nach Hause telefonieren. Ich hab nix gemacht. Ich hab dir mal kurz auf die Brüste gebuft. Ich hab Brüste? Ja, du hast Brüste. Ja, du hast Brüste. Nein, ich muss mich erschießen. Hahaha. So, erste Mission, mein Freund. Mal gucken, ob wir das mal diesmal packen und nicht gleich wieder den Boss kriegen. Ja. Captain, incoming transmission. Was wollen wir denn? Ach, die Roboter. Na ja, die Roboter. Immer diese Roboter. Ja. Nehn dich mal nicht so zurück im Stuhl. Wieso? Du denkst, wie es bei dir aussieht. Als ob du Rückenproblem hast. Das sind meine Meinungsverstärker. Glaub, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Oh. Tsch, 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 tsch. Gegner rechts, Gegner links. Und da vorne ist eine Waffe. Duck 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 duck, ich schleiche nicht dran vorbei. Ja, ich hab auch schon eine. Ich glaube, das ist... diese disc an oder die du hast ja jetzt glaube ich auch vorher war schon auch ja das geht oh nehmt weg weg headshot ja jetzt glaube ich geht tot ja er ist tot oder? ja war diese animation früher auch so lang? ist die verrecken? bei einigen waffen ja hier ist nix ne im wandschrank ist leer wandschrank ist leer ok kattungs truppe aufi weiter töten und es ruckelt wie sau ruckelt das bei dir nicht? ist voll unfair ich hätte mich überraschen lassen wenn das video verlierst ne das merke ich so im spiel dass es ruckelt ruckelt im spiel? es zuppelt die ganze zeit ja nicht irgendwie so am rechner sondern ich gehe und dann bleibe ich kurz stehen dann gehe ich weiter es ruckelt richtig ne wir halt ruckeln behaupten ist ja doof fein mhm weiter vor uns da kommt's jetzt du ruckelt noch eins du ruckelt das ist ja du ruckelt du ruckelt du ruckelt du ruckelt du ruckelt kratzer ja also ganz leicht verwundet mich hat es ein bisschen mehr ohne waffe explosionsplasma schuss hier vorne ist noch eine wache für dich an der schild nach schild was sie an die scheiße ich muss mal kurz testen raketen was ist das hier schön ist der keycard fantastisch wenn ich dein zählischer ach so wir haben eigentlich waffen gekriegt ist eigentlich okay ja das ist in ordnung rechts müssen man ja da brauchen wir auch die keycard und ich denke mal da ist ein gegner hier ist eine waffe noch eine warte nach das offen ist es da bild ist oder es ging Okay, ich geh nochmal zurück in der Planung. Jo. Oh, ich lieg die Blume an. Oh, jetzt Zeug. Ah! Er schießt nur ungenommens wie das. Nicht nur damit. Ist tot. Und sie gehen schnell leer, diese Scheiße. Hier ist ein Enderaum. Ah, hier liegt noch. Madkit. Hackatool. Hackatool. Hacka, hacka, hacka. Klonk. Na, die nächste Aufladestation ist für den Raketenwerfer. Ja. Ich seh grad, meine Waffen sehen doch ein bisschen unterschiedlich aus. Wahrscheinlich ist die eine Waffe besser als die andere. Was sag mal hier? Uh, Granate. Ja. Ja. Weil wir so gut mit Granaten umgehen können. Bang! Mit den Waffen sollten wir mal zum Bossen. Ja, ja. Deshalb, aber nicht die... Au, da guck mal einer. Komm, noch mehr. Ja. Oh, von da auch. Oh, du wichst, Bossch. Oh, leer. Ja. Und das ist es. Ah, ich denke, du hast ihn alle. Geh zurück zu deinem Schiff und ich transferiere dich zurück. Ja, aber hier sind wir gar nicht zu Ende. Das ist nicht, oder? Nö. Das können wir mal probieren, oder? Ne, das Reparatur-Tool. Gibt es ja vielleicht noch so einen Lagerraum, wo wir es irgendwie unsere... ...zu uns transferieren können? Also ein paar Sachen habe ich schon rüber transferiert. Ein paar Sachen, die ich auch gesammelt habe. Aber... Warte. Ich mache mal die Karte. Hier ist ein großer Raum. Ja, hier ist ein großer Raum. Die Karte haben wir ja. Ja, hier ist ein großer Raum. Da haben wir bestimmt Hecker an, ne? Da, Hacker, Hacker. Wo ist denn dieses Hecker-Teil? Ne? Nur noch Riesig! Ehm... ja wo ich gerade sagen sie bekannt aus sehr guter springen wir zurück hier habe scotty holt ihn seine belohnung wieso kann ich zurückspringen war da ich finde eine diskwaffe reicht doch mal von einer raketenwerfer die wands ich kann es nicht die schaden ich glaube wenn du mit dem finger drauf zeigst in der menü wir haben 26 und sprit bekommen wir hatten ja hier noch eine waffe im lagerraum doch echt ja was sind keine ahnung wie groß aus stärke 217 und macht mega zum händler ja reise mal ich spritze hallo lieber händler ich versuche nur so ein paar standard waffen loszuwerden was kaufen wir denn schönes Prozent die krumm mitglied mit flack so wollen wir kaufen das ist so explosions-laser ist natürlich auch cool vor allem leser ab gut geeignet gegen schilder und die rümpel was ist die flack zu bergungsgut auch nö nö das war aber nicht laser strahl laser strahl ist gut laser strahl ja schaden jetzt habe ich das falsche gekauft oder was habe ich gekauft ich habe den explosions-laser gekauft ich dödel nicht den laser strahl explosions-laser kannst du den einbauen ich sehe den bisschen nicht dann kaufe ich nochmal zwei das und einmal sprit müsstest du glaube ich ausrüsten können ja unten der dritte fällt habe ich ausgerüstet braucht zweimal energie unser kondensator hat 1,6,8 bobbles ah dann müssen wir noch verbessern ne ja beim nächsten mal dann wir brauchen noch mehr Schäden naja stimmt ja dann würde ich sagen auf zur nächsten mission oh ne jo rettungsgruppe auf ja was wollte er denn nur mal die Piraten ja dann äh alles klar wollen wir transferieren auf attacke warte muss eine waffe laden ok ok oh die da die lag da an unserer Schrankchen hier haben wir nur normale Pistolen die habe ich gerade aussortiert ach so ok weil du hast ja nur 5.3 beim Raketenwerfer wird alles pläten grüner Gift Brauch ist das neu? ne ne ich glaube nicht nö oder um ist eine Kiste und Gegner gleich mal jawohl das war einfach rechts und links sind ganz viele ja gehen zusammen rot rot hinter uns wenn das nicht so ruckeln würde waren das alle? das sieht so aus da kommt aber noch einer einer kommt jetzt noch oh der hat mich sogar erwischt ja ich habe auch ganz schön ich habe auch Hälfte Leben verloren oh da kommen schon wieder welche hier vorne um der Ecke sind welche? zwei zwei ganze Stück zwei ganze Stück? beide tot boah ich müsste demnächst wieder nachladen da war eben gerade ein Panel ähm ja dann fahren wir euch ein Stück zurück ne? mhm hier vorne gleich um die Ecke ja da vorne und dann rechts leid ruf uff 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 keine keine Gegner wir haben gestartet mehr da vorne können wir noch mal links aber immer noch nicht aber hier ist auch nichts mehr medikett kannst du noch medikett tragen ich habe vergessen meine sachen wegzulegen aber wo müssen wir hin wollen wir irgendwas übersehen packertool oder haben wir schon geschafft nee hätten wir jetzt doch irgendwie eine durchsage gegeben oder da haben wir gestartet hier war nichts weiter schießt uns hier auch nichts an nö oder hat vielleicht einer von den die wir gekillt haben was fallen lassen was wir brauchen wir haben es nicht gesehen ich gehe mal kurz zurück aufs schiff vielleicht sagt der typ wir haben doch geschafft ja machen wir ja wir haben gewonnen ok die mir ab ja ja dann das war gut mal wieder ein bissen kniet aber gut ja das war gut Ach ja, und mal heilen wäre ja ganz praktisch, müsste man mit der Heilraum. Oh stimmt, sehr, sehr, sehr gute, sehr gute Information. Sonst geht es wieder in die Schlacht und dann ist es wieder am Verrecken. Radioaktivität, Atomenergie. Du hast ein bisschen was Asiatisches. Du auch? Kleine süße Lüge. Warte, ich packe dir an deinen Pferderschwanz. Deine Möpse sind ich auch sehr nicht gekommen. Hey, lass weg. Lass mich mal kurz in deine Hosenkrasche geraten. Was? Geh weg. Sau, du. Ey, ich werde dir beforfen. Ach ja, meine Waffen liegen auch noch in den Strang. Ich springe, ja? Ja, ich springe. Ja, machen wir. Oh, ein Händler. Okay. Feuer, Feuer. Wir wollen Munition. Achso. Hm. Ja, du kriegst zwei Munition, wenn wir acht Dingsbums kriegen. Dann vergiss es, du doofe Nippe. Wir wollen dein Zeug nicht. Oh, schade. Tschüss, geh weg. Ich wollte gerade scannen. Scannen? Ja. Hier kannst du doch hier scannen. Das ist so mit drei Bubbles und dann macht das so drei Strahlen und dann scannt man. Achso. Nochmal zur Info, das sind die Feinde, ne? Ja, genau. Aber wir fliegen jetzt da zur Station und da ist Mission. Also danach kommt Händler. Mission, Händler, Profit. Ey, was wollt ihr denn? Piraten, no, Piraten. Die kommen wir auch nix mit klar, ne? Nichts können sie alleine. Lieber Piraten als Aliens. Das stimmt wohl. Das sah sehr cool, das sieht jetzt auch sehr cool aus. Kämpfen. Action. Keine Gegner. Links Gegner. zappeln man da kommt noch einer ich bin wieder erwischt Ah, mit der Bauch. Alter. So. So. Oh, gratis knüpfen. Schrot. Schrot hintergeroll. Aber beides fast leer hier. Dann wechsle ich auch mal die Waffe. Wir haben jetzt wieder Gegner rechts und links gleich hier hinterm nächsten. Alter. Das sind aber auch ganz viele. Muss der Raket. Oh, und der Raketenreffer ist leer. Okay, meine Schrot auf. Oder meine Tacht. Ja. Und das alle? Jo. Muss man ja schon alle. Alter, das ist leer. Hier liegt noch eine Waffe. Eine Schrot liegt hier nur zwischen meinem Bein. Ich habe hier... Ja, ich bin langsam voll. Oh, ich habe jetzt hier zwei MGs. Ich glaube, das sind so Maschinenpistolen oder so. Ach, die ist auch noch eine Waffe. Ih, eine Schrotwaffe. Oh, Überwachungsraum. Oh, ja, Überwachungsraum. Oh, scheiße. Ich bin voll. Ähm. Was für ein Ding? Oh, eine Karte. Nein, ich habe meine Waffe verloren. Nein, ich habe die Schildwaffe. Weg. Scheiße. Wird es was? Ich habe die Schildwaffe. Die will ich nicht. Dann taust du aus. Ja, warte mal. Da ist Maschinegewehr. Okay, jetzt habe ich wieder zwei Maschinegewehr. Okay. Tank, wo ist der Feind? Da nicht mehr. Na, sehr hoch. Da liegen auch noch Waffen, ne? Was ist jetzt die Schrotz? Ja, jetzt habe ich sie. Okay. Ich bin ein Geschütz. Ich bin ein MG. Ähm, ich lade nochmal kurz was nach. Wuhu. Wuhu. Gangster. Gangster Style. Ich erschieße mich selbst. Da sind zwei Gegner, ganz viele Gegner hinter. Warte, ich nehme mal einen Wack gegen den Herdmann. Warte, ich mache mal die Tür auf. Au, au, au. Warte, noch war ich so weit. Warte, noch war ich so weit. Oops. was liegen da kommen auch gleich die nächsten was hier liegt noch eine Maschinengewehr ich muss erst mal Dingsbums rüber transferieren und ich habe jetzt meine Waffe verloren boah, komme ich hier nicht auf den Gürtel? so noch eine Maschinengewehr da ist auch noch Dingsbums zum transferieren die hat mir den Schoß, ich habe ihn weggeworfen hier ist ein Medikit das kann man eigentlich immer nehmen oh, ja, bin auch halb tot hier liegt noch was sich hier, ein Hacking-Tool ich hoffe wir haben keinen Endgegner oder so ich habe nur ein Hacker-Tool dabei du hast kein Medikit? nee oh scheiße soll ich dir eins geben, willst du eins? wenn du eins hast, ich bin eins wirklich gebraucht ich bin so weit was bekommt? ja, liegt auf dem Bogen yeah, ich lebe wieder Energie auf 100% kein Zeug zum Sammeln, ja aber da kommen die Gegner neun Stück oder so müssen es noch sein, ne? oh ja ich komme von dir oh, hier sind die Nächsten gewesen haben die Nächsten Lügen gelassen? da auch eine Schrotfilme was soll ich jetzt behalten? du bist rechts, ich bin links alles klar und sie sind genau vor uns in diesem Gang Gangster Teil die volle Zerstörung na, das ist einfach ich bin hier noch richtig? ne, ich bin komplett falsch rum und dann gleich wieder Waffen loswerden wo waren die Galerie das habe ich nicht nur die Schrot kann jetzt mal hierbleiben ich fand die MGs jetzt eigentlich unterhaltsam die Schrot finden fand ich auch ganz gut die große Blitzding die auch mal zurück ach scheiß hab so Schildmüll mitgenommen unsere Galerie ist langsam voll ok äh ach scheiße meine Maschinenwehr habe ich wohl mitgenommen ich habe jetzt da noch eins hingehauen falls du noch eins haben willst danke thank you ne dann hole ich mal unser Zeug ab ja bitte bitte 25 Zeug auf zum Händler ist das ganz schön warm so im Sommer kauft man ein Schild oder? ja dann haben wir zwei Babels zwei Schild Babels Schilde kosten 60 hier haben wir gut sehr gut jetzt haben wir nur noch 8 Dinge was sind das dann in der Mitte? in der Mitte 5 Treibstoff ach so 8 Dinge für Treibstoff 5 können wir aber nicht kaufen ja ich erschieß nicht gib uns Dingsbums ja dann wollen wir aber weiter ne ja ok da ist die nächste Mission hey du kannst doch nicht schießen ach so wir sind nicht aus Versehen entgegengekommen das war jetzt nicht mit Absicht gut dass wir das Traum sind scheiße ich muss uns mit einem Arm entgegengekommen sein hier die wollen uns Zeug abziehen willst du die Maschinen? Feuer frei die haben aber auch mehrere Schilde oder? ja die haben auch zwei schieß auf die Schilde ja die haben aber mit der Rakete auf die Schilde du kannst mit der Rakete auf die Schilde zielen wenn du dir das Ziel Dingsbums machst äh Ziel Dingsbums Schilde sind wahrscheinlich das da Feuer ja und unser Antrieb beschädigt unser Antrieb ist Schrott ich krieg keine Energiebobbeln die Raketen sind zu wichtig mittlerweile so kam nicht durch doch er ist zerstört aber wir müssen dringend reparieren was ist denn alles kaputt? Anstieb und unser Okt ah hier ist ein Loch und Antrieb hat ganz schön was abgekriegt wieviel Schaden haben wir genommen? war jetzt nicht verbraucht aber ich bin froh es wird einiges sein aber ich bin froh es wird einiges sein Ja aber wir müssen die Bekämpfung ja 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 Ja, wir wollen mal schlafen. Kampfen oder das Aktivieren. Oh ja, da vorne sind gleich ganz viele Gegners. Ich steck doch mal! Hey, hinter dir! Danke für die Warnung. Ja, das hab ich aber eben auch erst mitgekriegt. Maschinengewehr. Oh, 300 verwerfen! Das ist ein Sport. Oha! Noch mehr Gegner da vorne. Ganz viele Gegner. Ja, da vorne. Ja, da vorne. Ja, da vorne. Na los, komm, komm! Traurig! Was ist tot? Eine blaue Maschinenpistole. Ich glaub, die kann ein bisschen mehr. Hackertool. Aktivieren. Hacken. Na, wir brauchen Verschlüsselung Stufe 2. Wir haben noch nie gehackt, aber egal. Hab ich. Hab ich so. Hab ich schon. Ich hab auf Aktivieren gedrückt. Ich hacke. Und. Gewinn, gewinn, gewinn. Gesperrt. Scheiße. Hacken. Warte, ich hacke mal. Ohne hinzugucken. Flint. Gibt uns Sachen. Drei Raketen, oder? Eine Kiste. Dingsbund. Äh, Berg. 30. Zwei Streifen. Und Laser. Juhu! Laserstrahlt Typ 1. Ja, dann bin ich ab, ne? Ich weiß nicht, sind wir hier fertig? Kann nicht gehen. Naja, dann sind wir noch nicht fertig. Ich bin der Meinung, wir haben auch noch Gegner gesehen. Aber warte, ich kann ihn mal kurz laden. Ja. Da ist Gegner. Oh, hier ist sogar noch Zeug. Der liegt überall noch Waffen, oder? Wo bist du denn? Hier hinten. Hier. Ah, schau. Okay. Ah, ich glaub, sie hat nichts gesehen. Ah, da ist einer. Scheiße. Beklar! Oh, ich glaub nicht. Oh! Uhuh! Wohhoh! Wohoh! Woher Pee! Höhöhöhöhöhöhöhöhöh! Huhhöhöhöhöhöhöhöhöhh Dang it! Oh Gott Hier ist wieder eine blaue BAM Die sieht besser aus Die hat oben noch so ein Nubbelding Racer-Skrull-Waffe Jawohl Ich bin nur voll mit den Sachen Zumindest einen Waffen den ich wollte Ja, ich auch Haben wir noch Gegner hier? Ne, hier sind Räume noch Ich glaube jetzt sind wir durch Ja, wir können beamen Oder? 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 Oh Oder? Entschuldigung Hermes 5 Es dauert ein Zeitpunkt, um zu Begriffen mit alles, was hier passiert ist Zumindest diese Schmerzen werden nicht mehr als sonst Danke, Kapitän Ja, wir kriegen 28 Dingsbums und einen Treibstoff Stay safe, Apfel Jawohl Stay safe Sehr gut Und dann würde ich sagen Das war erstmal von dieser Assasanz Falls wir es noch mal erwähnt haben Ein FDL-artiges Spiel Steht der auch an den T.. im Titel Im Titel steht es! Ja, Titel! Gibt es einen Daumen Und noch einen Daumen Ein Daumen Und ein Abo Abo Daumen Jawohl Genau Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal